So, da bin ich wieder bei Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time Master Quest. Jihau! Und zwar war ich genau vom Endgegner, den ich jetzt auch plätten werde. Von daher seid mit mir. Ja, sehr gut gemacht. Ah, und ich lande einfach so. So sieht das auch immer aus, wenn Freunde von mir oder zu mir kommen, dann vibriert das genauso, falls die zuschauen. Das sieht auch immer so aus, weil ich immer der Kleinste bin. So ungefähr sieht das auch aus vom Größenunterschied. Die Musik ist etwas laut. Du Dummkopf! Wie gemein war das denn? Das ist mir noch nie passiert. Das habe ich ja noch nie gesehen. Na, also, Mann. Gebeun! Kebaun! Sa! Tam, pan, tam, tam! Dum, dum, dum! Dum, dum, dum! Kabum, bum, 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 bum! Kabam, bam, 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 bam. Ja, du Dongo ist wahnsinnig klug. Weil er eigentlich immer weiß, dass ich in seinen Mund reinschleiße. Hat das funktioniert? Ja! Mann, das sollte ein Dings-Dings werden. Halt. Hier, da und so. Weißt du Bescheid, ne? Boah, ist der schwer. Also, da musste ich ja sagen. Juhu! Hat er andere Farben bekommen? Ich meine, dass er da in Ocarina of Time eigentlich eine andere Farbe hat, aber egal. Episch. Und seine Fettzellen blockieren die Lava, sodass ich jetzt hier einfach mal drauflaufen kann. Super. Ein Herzcontainer, die Energieleiste erweitert sich um ein Herz. Deine Energie wird aufgefüllt. Schön, schön. Und rein da. Ach nee, das kommt erst mal nicht in Erwachsenen. So, ich bin endlich aus der Dongos Höhle raus und sehe diese wunderschöne Cut-Szene. Lady Gaga ist wieder da. Ich bin es, Daronia. Du hast deine Prüfung bestanden. Dank deiner Hilfe konnten wir nun wieder die schmackhaften Steine aus der Höhle verspeisen. Welch aufregendes Abenteuer, es liefert Stoff für eine Legende. Noch immer kann ich nicht glauben, dass die Dongos, die wir für ausgestorben hielten, in so großer Anzahl zurückkehrten. Und der Fels, der den Eingang der Höhle versperrte. Für all dies war Gallendorf, der Gerudo-König, verantwortlich. Er sprach, gebt mir den heiligen Stein und ich werde eure Höhle wieder öffnen. Du hast dein Leben für uns riskiert. Ich mag dich, Kleiner. Was hältst du davon, wenn du und ich Blutsbrüder werden? Keine Angst, keine große Feier. Ich habe nur Aids. Nimm dies als Zeichen meiner Freundschaft an dich. Ich habe nur Aids. Nimm dies als Zeichen meiner Freundschaft an dich. Der Koronen-Opal. Von den Koronen wurde dir dieser heilige Stein des Feuers übergeben. Eine große Ehre, Blutsbrüderschaft mit einem Koron zu schließen. Du besitzt nun zwei heilige Steine. Such nach dem dritten. Bruder, du solltest stets daran denken, deine Kräfte zu erhöhen. Die Fee auf dem Gipfel des Todesberges hilft dir dabei. Freunde, lasst uns unserem Bruder verabschieden. Bumm, Bumm. Erdbeben. Meine Hochachtung, meine Hochachtung. Lass mich dich in die Arme schließen, Bruder. Ah, du hättest falsch. Ah, also. Ganz schnell weg, ganz schnell weg. Weg, Wara. So, dann mache ich mich auf den Weg. Das ist ein super Part, glaube ich dann auch. Ich mache mich auf den Weg zur großen Fee nach oben, die nackt ist. Nur mal so zum Spoilern. Aber weiß ja eh wahrscheinlich jeder. Von daher, und dann beende ich meinen Part dort. Also, das mache ich dann noch. Vielleicht komme ich noch ein bisschen weiter. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, das ist doch schon mal toll. Hier so Bumm zu machen. Genau. Dann hier. Bumm zu machen. Ja, du mich auch, Mann. Yippie. Hier so und so. Und so. Und so und so und so. Kommen da jetzt diese Felsen, oder kommt das erst, wenn ich erwachsen bin? Scheiße, es kommt jetzt. Ja, und ich laufe direkt rein. Warum kommen die alle auf mich drauf? Ja, genau das. Hä? Ich habe mir doch schon ein Schild geholt, oder nicht? So ein Eisenschild. Warum hatte ich denn mein Holzschild auf? Legt eine Bombe, ja, Link. Hallo, du sollst das machen. Na also. Oh, Link, Mann. Ich verpreiste meine ganzen Bäume, meine Bomben. Nur weil er zu dumm ist, seine... Link, Mann. Ich drücke nach unten. Und unten bedeutet keine Bombe. Unten bedeutet keine Bombe. Und der Mond geht auf ziemlich schnell. Und klettert man und klettert man und singt ein Lied, ein Lied, ein Lied. Ein Lied, ein Lied, ein Lied, ein Lied, ein Lied. Nein! Scheiße. War da der Feuertempel? Oder war da die Fee? Ich weiß es nicht. Feuer. Ich kann ihn doch bestimmt irgendwie umgehen. Ja, also. Jetzt. Ja! Der soll mich zwar danach runterfliegen, aber nicht davor. So, ich brauche die Ocarina. Yes, yes, yes. Dim, dim, dim. Da, 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 da. Fick dich. Ja! Du, 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 du. Und ruf an, die 990, sechsmal die 6. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dahinter. Aha, aha, aha. Ja. Hallo, mein süßer Mario. Ich bin die Fee der Fähigkeiten. Ich verleihe dich mit meiner Macht eine neue Schwerttechnik. Ich dachte, ich kriege Magie. Sei bereit. Aha, aha, aha. Oh ja, es kommt direkt aus meinem Busen. Und woanders raus. Oh. Da, 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 da. Hahaha. Du beherrschst die kraftvolle Wirbelattacke. Halte B gedrückt, um dein Schwert aufzuladen. Lass B los, um einen energieladenen Rundumschlag auszuführen. Bewegst du einmal im Kreis und drückst dann B, kannst du die Wirbelattacke sofort und ohne Wartezeit ausführen. Aha, aha, nee, doch nicht. Sammelst du Kraft für eine Wirbelattacke, verbrauchst du magische Energie. Achte also auf deine grüne Magie. Ach, ich krieg doch Magie. Sag mal, du bist doch ein Bote der königlichen Familie, oder? Wenn du wieder dort bist, dann schau in der Nähe des Schlosses vorbei, bei einer guten Freundin von mir. Vorbei. Nochmal, hä? Sie hat bestimmt auch etwas für dich, um deine Fähigkeiten zu verbessern. Hahaha. Bist du vom Kampf erschifft, besuch mich einfach wieder. Hahaha. Ja. Die große Fee, ne? Ja. Sexy, den I. Hallo, red mit mir. Du siehst erwachsen aus, bla bla bla, nehm ich mit zum Fuß des Berges. Hallo, nehm ich mit. Na also. Uh, mir wird schlecht. Das ist bestimmt auf dem 3DS später richtig geil. Mit den 3D-Effekten, wenn man da so rumfliegt mit der Eule. Wenn's das denn dann noch gibt. Uh, eine Faschform in der Stadt. Jetzt kann ich mir die Kuh holen, aber da ist ja gar nichts bei der Kuh. Doch ein Herzteil, glaub ich. Oh, ich will nicht. Oh, ich will nicht da vorbei. Oh. Na also. Wo ist das Herzteil? Ach, da. Dann, da, 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 und tschüss. Da war ne Tür. So, und damit habe ich Kakariko abgeschlossen und speichere einmal. Ja, ich weiß, ich sammle keine Skuldtulas. Tut mir leid. Ich will's eben so einfach zocken. Einmal durch. Vielleicht irgendwann anders. Mal. Special Parts. Kann ich mir mal special sagen. Juhu, 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 juhu. Zombies, hä? Das ist Tag. Und das ist wie Tag. So, brauche ich noch vorher was? Nee. Von daher mache ich mich jetzt auf den Weg zum Jabu-Jabu-Bauch. Vom Fisch. Den Bauch. Halt. Da. So. Fast. Und das ist nämlich dort. An dem schönen Schild, wo 35 draufsteht. Das Rest kann ich nicht mehr erkennen. Oh, jetzt kommt wieder. Ich habe eine Magieflasche erhalten und einen Rubin daneben. Ein Magiekrug, der einfach so in dem Busch rumliegt. Du siehst aus, als wenn du erfahrener und kräftiger geworden bist, Maria. Ja, natürlich. Du hast mich gerade vor zwei Minuten gesehen und es ist nichts passiert, Mann. Direkt vor dir liegt Zoras Reich. Die Zoras dienen der königlichen Familie von Hyrule und bewachen dieses Gewässer. Ja, das Tor zu ihrem Reich öffnet sich nur einem Abgesandten der königlichen Familie. Spiele vor dem Portal ein Schlaflied aus der Überlieferung der königlichen Familie. Schön. 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 Ja, langsamer geht's nicht. So. Damit muss ich den Part auch schon wieder beenden. So. Gleich halt. Gut. Nimm sie wieder ab. Hallo. Werf sie weg, Mann. Du dummes, dummes Kind. Hä? Ja, und damit benne ich jetzt meinen Part, weil ich keine Bomben mehr habe. und ich werde zum nächsten Part Bomben besorgen. Also, bye, bye und bis irgendwann dann anders, morgen oder so. Ciao, 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 bye, bye, bye. Ich laufe im Kreis, ich laufe im Kreis, ich laufe im Kreis. F10, F10, F10.